Heute für euch, wie Avada Kedavra dich genau tötet und wie der Fluch funktioniert. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werde ich über einen der unverzeihlichen Flüche sprechen. Genauer gesagt werde ich über Avada Kedavra und seine Eigenschaften reden. Wir kennen Avada Kedavra alle als den Tötungsfluch, der Hauptzauberspruch von Lord Voldemort und scheinbar das Mittel der Wahl für dunkle Hexen und Zauberer, die ihren Feinden ein schnelles Ende setzen wollen. Avada Kedavra ist ein wahrhaft finsterer Zauber, der vom Zaubereiministerium als unverzeihlich eingestuft wurde. Vom Zaubereiministerium wurden auch zwei andere Flüche als unverzeihlich eingestuft. Der erste ist Crucio, auch bekannt als Cruciatusfluch, der Folterfluch. Und der zweite ist Imperio, auch bekannt als Imperiusfluch, mit dem man die Kontrolle über Menschen übernehmen kann. Diese drei Flüche wurden im Jahr 1717 als unverzeihlich eingestuft, als das Zaubereiministerium beschloss, dass sie in der Welt der Zauberer nicht frei verwendet werden dürfen. Gleichzeitig wurden strenge Strafen verhängt und an ihre Verwendung geknüpft. Vor 1717 jedoch können wir nur annehmen, dass sie wie jeder andere Zauberspruch behandelt wurden. Und obwohl wir keine Informationen haben, die dies belegen, muss es eine Art von Auslöser gegeben haben, der dem Ministerium bewusst gemacht hat, wie gefährlich diese drei Zaubersprüche wirklich sind. Ulik Gemp war der Minister für Zauberei, als die Zaubersprüche verboten wurden. Und es war nur noch ein Jahr seiner Amtszeit übrig. Eventuell ist etwas passiert, das mit diesen Zaubern zu tun hat, was seinen Posten bedrohte. Ich kann mir das riesige Chaos nur vorstellen, dass so etwas wie der Imperiusfluch in einer solchen Regierungsstruktur verursachen würde. Der berüchtigste der unverzeihlichen Flüche, Avada Kedavra, hat einen ganz einfachen Zweck. Er bewirkt, dass das Opfer auf der Stelle stirbt. Wenn du dein Opfer töten willst, dann ist dies genau der richtige Fluch. Nach dem Aussprechen der Beschwörungsformel erzeugt der Zauber einen blendenden, intensiven grünen Lichtblitz und das Opfer fällt einfach tot um. Eine Sache, die jedoch nie richtig aufgeklärt wird, ist, wie Avada Kedavra tatsächlich einen Menschen umbringt. Im Gegensatz zu vielen anderen Zaubern hinterlässt Avada Kedavra überhaupt keine Spuren. Die Menschen sterben einfach. Meine Frage ist also, wie sterben sie? Und was passiert mit dem Körper der betroffenen Person? Ich zitiere jetzt eine kurze Stelle aus dem Feuerkirchbuch, aus dem Kapitel, in dem der Mord an der Familie Riddle in Little Hangleton untersucht wird. Die Polizei hatte noch nie einen seltsameren Bericht gelesen. Ein Team von Ärzten hatte die Leichen untersucht und war zu dem Schluss gekommen, dass keiner der Riddles vergiftet, erstochen, erschossen, erwürgt, erstickt oder, soweit sie es beurteilen können, überhaupt verletzt worden war. In der Tat schienen die Riddles alle bei bester Gesundheit zu sein, abgesehen von der Tatsache, dass sie alle natürlich verstorben waren. Die Ärzte stellten dann fest, dass jeder der Riddles einen Ausdruck des Schreckens auf seinem Gesicht trug. Dieser Auszug aus dem Buch bestätigt voll und ganz, dass der Tötungsfluch keine physischen Spuren hinterlässt. Die Riddle-Familie wurde zweifellos mit Avada Kedavra getötet, aber sie hatten nicht einmal einen Kratzer. Sie waren einfach nur tot und es geschah augenblicklich. Also was ist der Vorgang? Was bewirbt der Zauberspruch? Ich weiß, dass einige Leute behaupten, dass der Tötungsfluch einfach die Organe des Opfers stoppt und diese aufhören zu arbeiten. Die Funktionen bestimmter Organe werden gestoppt, insbesondere das Herz. Einen Herzinfarkt auszulösen, wäre ein todsicherer Weg, jemanden zu töten. Wie auch immer, wenn das wahr wäre, dann wäre ihr Tod etwas langwieriger gewesen und sie wären nicht sofort tot umgefallen. Was auch immer der tödliche Fluch anrichtet, es geschieht sofort. Deshalb haben die Opfer immer noch den geschockten Blick, der von der Polizei beschrieben wurde, auf ihrem Gesicht. Wenn es also nicht physisch ist, dann muss Avada Kedavra eher eine ätherische Wirkung haben. Die Seele ist ein häufiges Thema in Harry Potter, wie wir an Voldemort und an den Dementoren sehen können. Indem er seine eigene Seele nutzt, versucht Voldemort sie zu fragmentieren, um Unsterblichkeit zu erlangen und das Ergebnis waren seine Horcruxe. Teile seiner Seele, die er in verschiedene Gegenstände einschloss, um am Leben zu bleiben. Wir wissen auch, dass Dementoren ihren Opfern die Seele aussaugen und sie lassen sie in einem Zustand zurück, der fast wie eine Vorhölle aussieht. Lebendig, aber leblos. Eine Fantheorie besagt folgendes. Avada Kedavra saugt ähnlich wie ein Dementor die Seele eines Lebewesens aus und entzieht ihm diese. Allerdings gibt es hier ein paar entscheidende Unterschiede. Erstens tötet Avada Kedavra den Menschen tatsächlich und Dementoren töten keine Menschen. Sie lassen ihre Opfer nur mit sehr, sehr wenig Seele zurück. Ich denke, der Hauptunterschied ist einfach die Effektivität in der Art und Weise, wie die Seele aus ihrem Körper rausgesaugt wird. Wenn ein Dementor jemanden küsst, wird ihm die Seele in einem traumatischen Prozess langsam entzogen, während Avada Kedavra es augenblicklich tut, als ob sie dem Körper die Seele sofort entreißt. Ich glaube, dass wenn die Seele wirklich und vollständig aus dem Körper genommen wird, dann stirbt man einfach. Und bei Dementoren ist es so, dass sie ein bisschen Seele in ihren Opfern zurücklassen, gerade genug, damit sie leiden können. Es scheint angemessen für eine Kreatur wie einen Dementor so etwas Fieses zu tun. Zumal die Angehörigen derjenigen, die geküsst wurden, derer, die von Dementoren angegriffen wurden, nur noch die Hülle der Personen sehen, die sie einst kannten. Ich denke, dass das Konzept der Horcruxe ausreicht, um das Argument zu stützen, dass die Seele das ist, was uns letztendlich am Leben erhält. Denn selbst wenn Voldemorts körperliche Gestalt vollständig zerstört wird, erlaubt ihm ein Stück in seiner Seele weiter zu existieren. Auf eine seltsame Art und Weise ist das Töten von jemandem mit Avada Kedavra eine viel humanere Art, sein Leben zu beenden, als ihn zum Beispiel den Dementoren zu überlassen. Denn in einem einzigen Augenblick ist sein Leben mit Avada Kedavra vorbei. Avada Kedavra zieht es nicht wirklich in die Länge. Und obwohl es für einen Moment traumatisch sein kann, leiden die Personen nicht wirklich. Ich habe also den Eindruck, dass Avada Kedavra die Seele aus dem Körper entreißt. Aber was noch offen ist, ist wie. Der folgende Auszug gibt eine gute Beschreibung der Wirkung von Avada Kedavra nach dem Aufprall. Wenn jemand getötet wird, wird normalerweise seine physische Form mit physischen Mitteln getötet. Das heißt, jemand wird erstochen oder erschossen oder vergiftet. Und dies bewirkt, dass sein Körper effektiv stirbt. Das ist genau das, wonach die Mogelpolizei gesucht hat. Angesichts der Tatsache, dass Avada Kedavra dem Körper die Seele entzieht, was wie schon gesagt auf eine ätherische Verbindung hindeutet, kann man es mit dem bloßen Auge wahrscheinlich nicht sehen. Ich denke, dass Avada Kedavra tatsächlich eine Form jenseits des grünen Lichts hat. Es ist nur nicht etwas, das auf einer physischen Ebene gesehen werden kann. Oder nicht nur da. Vielleicht ist es einfach etwas, was nicht gesehen werden kann, bis man die physische Welt ausgeblendet hat. Anschließend würde mich noch eine Sache interessieren. Was ist deine Meinung zu dem ganzen Thema? Glaubst du diese Theorie oder hast du eine andere Theorie, der du eher deinen Glauben schenkst? Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Und vergiss nicht, die Glocke unter dem Video zu aktivieren, damit du keins der neuen Videos mehr verpasst. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter.